UNTERTITELUNG Wir haben eine eigene Tonette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Wir dürfen die Geschenke doch vorher nicht sehen. Die sind ja gar nicht verpackt. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Was sind wir denn? Türken oder Deutschen? Nein. Ich habe ein Haus gekauft in Türkei. Super. In Heimat. Warum das denn? Wir waren alle zusammen. Wie früher. Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst. Krass, ey. Hier steht, dass die Bundeskanzlerin anwesend sein wird. Und dass sie sich freuen würde, wenn du als einer Millionen- und erster Gastarbeiter etwas zum Anderf sagen würdest. Hey, Angela. Wo Problem? Ich komme aus dem Osten. Du auch. Wir beide Ossis. Oder vielleicht sollte ich besser singen. Einigkeit. Und Recht. Und Freiheit. Und Freiheit. Und Freiheit. Nur das bedeutet wahr. Und ein Aunt. Und Freiheit.